Seit über 100 Jahren versorgt die Beko Düsseldorf das Bäcker- und Konditorenhandwerk mit Rohstoffen, frischen Artikeln, Handelswaren und vielen anderen Produkten. Mit 3.500 Quadratmeter Lagerfläche und 95 Mitarbeitern gehört die Genossenschaft am Standort Willig-Schiefbahn zu den großen Beko-Unternehmen in Deutschland. Eine neue Verschieberegalanlage, ein Tiefkülllager und frische Lager sowie ein klimatisiertes Fettelager sorgen für höchste Qualitätsstandards und einen reibungslosen Ablauf. Für die Organisation der Lagervorgänge arbeiten bei Beko das Warenwirtschaftssystem GEWIS der Firma GWS aus Münster sowie die Lagerverwaltungssoftware PL Store von ProLogistik aus Dortmund Hand in Hand. Über eine Online-Hochleistungsschnittstelle, die die Daten via Web-Services austauscht, stehen beide Systeme im ständigen Kontakt und sorgen so für einen bestmöglichen Warenfluss. Sämtliche Wareneingänge werden bereits beim Entladen identifiziert, geprüft und mit einem Barcode versehen. Dabei werden alle wichtigen Informationen wie Serien- und Chargennummern sowie Mindesthaltbarkeitsdaten, Temperaturen und Gewichte über das Lagerverwaltungssystem PL Store erfasst. Eine permanente Inventur sowie eine vollständige, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Chargenrückverfolgung sind somit jederzeit gewährleistet. Anschließend wird die Ware mithilfe der automatischen Freiplatzsuche platzoptimal eingelagert. Das integrierte Stapler-Leitsystem sorgt hierbei für eine effiziente Zeit- und Wegeoptimierung. Dadurch können Kosten gesenkt und die Produktivität des Lagers erhöht werden. PL Store stellt dabei dem Staplerfahrer alle benötigten Daten online auf einem einfach zu bedienenden Multifunktionsterminal zur Verfügung. Die Kommissionierung der Waren erfolgt bei Beko über PL Voice von ProLogistik. Der Kommissionierer erhält alle Angaben über Standort und Anzahl der Artikel vollautomatisiert durch das sprachgestützte Dialogsystem, welches über Wireless LAN mit der Lagerverwaltungssoftware verbunden ist. Code angeben. 0083 0083 Richtig? Ja. Tour TW 100.022 Kunde Ost GmbH 15 Picks 483 Kilogramm Ein Holz per Lente aufnehmen Weiter mit Fertig Fertig Gang rein Weiter mit Fertig 0-0-0-1 B-Zack 7-4 10-Sack 1-0 1-0 richtig? Ja Gang 4 Weiter mit Fertig Fertig 17-0-0 B-Zack 7-0 Ein Gebinde 1 1 richtig? Ja 17-0-1 B-Zack 7-7 Ein Karton 1 1 richtig? Ja 0-0-0-2 B-Zack 3-0 Zwei Gebinde 2 2 richtig? Ja Tor 10 Druckherrnummer eingeben 1 1 richtig? Ja Elheim an das Tor 10 stellen Weiter mit Fertig Fertig Alle wesentlichen Lagerfunktionen werden von einem Leitstand ausgesteuert und kontrolliert. Durch das reibungslose Zusammenspiel der Lagerverwaltungssoftware PL Store und des Warenwirtschaftssystems von GBS konnte die Fehlerquote nahezu auf Null gesenkt werden. Die mehr als 400 angeschlossenen Backbetriebe der Beko Düsseldorf können sich somit über einen noch schnelleren und zuverlässigen Lieferservice freuen. Die mehr als 400 angeschlossenen Backbetriebe der Beko Düsseldorf können sich somit über einen noch schnelleren und zuverlässigen Lagerverwaltungssystems von GBS. Die mehr als 400 angeschlossenen Backbetriebe der Beko Düsseldorf können sich somit über einen noch schnelleren und zuverlässigen Lagerverwaltungssystems von GBS. Die mehr als 400 angeschlossenen Backbetriebe der Beko Düsseldorf können sich somit über eine kleine Aireverwaltungssystems von GBS 05-80-2001. Die mehr als 400 angeschlossenen Backbetriebe der Beko Düsseldorf haben, bestimmte Waren, Stolzdorf und GBS in den H3-45-80-50mh. Die mehr als 400 angeschlossenen Backbetriebe der Beko Düsseldorf habe und erneut einen noch schnellen und zuverlässigen Lagerverwaltungssystems von GBS. Die mehr als 400 angeschlossenen Backbetriebe der Beko Düsseldorf-GBS zu drastet sind für Warenwirtschaftssystems von GBS.